Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist eine weitere Dimension unserer Beziehungen mit der Ukraine Österreich hat ja mit der Ukraine sehr enge Beziehungen schon aus historischen Gründen, aus vielen Traditionen heraus Wir feiern auch heuer 25 Jahre unserer diplomatischen Beziehungen Österreich war eines der ersten Länder, die Ukraine in ihrer Unabhängigkeit anerkannt hat Kharkiv ist ja die zweitgrößte Stadt der Ukraine Eine Stadt der Industrie, eine Stadt der Universitäten, eine Stadt der Kunst und Kultur Wir freuen uns, dass wir Sie als Solarkonsul hier haben Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute zum Wohle der Beziehungen zwischen Ukraine und Österreich Ich bin sehr froh, dass wir hier heute hier haben Das ist das 5. Konflikt in der Ukraine Ich begrüße unsere neue Konflikt, unsere neue Konflikt für unsere diplomatische Familie Wir sollten hier eine neue Außenstelle der Botschaft haben Für unsere Botschaft sind Honorarkonsul eigentlich ganz, ganz wichtig zur Herstellung von Kontakten in der Politik, in der Wirtschaft aber auch in der Kultur Und ich freue mich, dass wir hier so einen aktiven Honorarkonsul haben mit einer sehr positiven Frau die wirklich die Verbindungen zwischen Österreich und der Ukraine bereits hergestellt haben und weiter intensiviert werden Danke dafür, dass wir unser Honorarkonsul gestern Ich verlasse mich darauf, dass wir hier sehr aktiv arbeiten werden Ich habe lange zusammengearbeitet mit dem袋 und die Arbeit, die wir schon überlegen, wird einfach weitergehen. Ich glaube, dass für die Harkovs открытие Potschettного Konsulства ist ein wichtiges событиe, denn in Harkovien viele Studenten und viele Möchte sind. Vielen Dank für die mir für die Vertrauen. Ich werde alles machen, um das zu tun. Ich möchte Sie sehr geehrten Sie für die große Ehre und die Mischung des Abonnungsgeräts und die Wörterung des Abonnungsgeräts und die Aufwärterung der Wörterung. Das würde ich sehr gerne mit der Wörterung der Wörterung und die Hoffnung, dass alles in der Wörterung der Wörterung ist.